hier brennt was und zwar hallo youtube mailab hat ein neues video hochgeladen das heißt statement hatte die hat doch eigentlich aufgehört mit youtube wenn ich mich recht erinnert hat sie sich doch da zurückgezogen aber gucken wir mal was es ist bin gespannt ich mache mir sorgen um die zukunft unseres landes und ich schaue mir das nicht mehr länger einfach nur an ok ok ist dass es gut wird muss deshalb selbst machen sie ist wieder da freunde der sonne hiermit habt ihr jetzt nicht gerechnet hättet ihr mich heute erwartet hätte der kuchen gemacht oder wenigstens tee und tee könnt ihr euch auf jeden fall machen also holt ich ein tee macht euch gemütlich wir steigen durch aber das hier ist kein nawet video die Zusammenarbeit mit Funk ist seit dem letzten Video beendet. Funk hat dieses Video weder bezahlt, noch war Funk inhaltlich involviert. Ich spreche in diesem Video für mich. Und es geht ausnahmsweise auch nicht um Wissenschaft, sondern um Politik. Uiuiuiui. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Also wenn Ihre Politik-Videos so hitten wie Ihre Biologie-Videos, dann haben wir morgen, dann stelle ich mich schon mal vor den Reichstag mit einem ganz wütenden Schild. So wie es ist, geht es nicht weiter. Und ich schaue mir das nicht mehr länger einfach nur an. Aber fangen wir erst mal mit was Positivem an. Bei solchen Bildern tut es richtig gut zu sehen, dass unsere Demokratie alive and well ist. Dass Hunderttausende auf die Straße gehen, weil sie Demokratie nicht für selbstverständlich halten. Ich habe gelesen, füll mich mal, aber du hast geschrieben, füll mich mai. Von da ist es in Ordnung. Füll mich. Sondern sie verteidigen. Und das Schöne ist, all diese Menschen, die haben garantiert verschiedene Meinungen und Streitpunkte und verschiedene politische Ansichten. Aber uns vereint ein kleinster gemeinsamer Nenner. Ein kleinster gemeinsamer Konsens, wie zum Beispiel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Oder alle Menschen sind frei und gleich an Rechten und Würde geboren. Und es ist wichtig, dass es solche kleinsten gemeinsamen Nenner gibt. Imagine, dass das der kleinste gemeinsame Nenner ist. Imagine. Alle Menschen gleich behandeln? Na gut. Die nicht zur Debatte stehen und die wir verteidigen, wenn sie jemand angreift oder in Frage stellt. Und trotzdem, ich mache mir Sorgen um die Zukunft unseres Landes. Allein schon, weil es zunehmend schwieriger wird, eine kleinste gemeinsame Wirklichkeit zu finden. Stattdessen haben wir eine Informationskrise. Informationskrise heißt nicht, das, was am wichtigsten oder informativsten ist, kriegt die meiste Aufmerksamkeit, sondern das, was am meisten empört oder emotionalisiert. Informationskrise heißt, wir haben einen Überfluss an Informationen. Wir versinken förmlich darin. Doch die Informationen sind widersprüchlich. Und es gibt Streits, Kämpfe, Zerspaltungen. Nicht nur, weil wir unterschiedlicher Meinung sind, sondern weil wir unterschiedliche Informationen haben. Weil wir in unterschiedlichen Realitäten leben. Das ist tatsächlich absolut richtig. Das glaubt man nicht. Das klingt immer so ein bisschen nach Paralleluniversen. Aber diese ganzen Meinungs-Bubbles, die es so gibt. Wir denken ja immer so, ja gut, wir sind so aufgeklärte Menschen. Wir finden, dass alle die gleiche Rechte haben sollten. Kein Mensch ist illegal und so weiter. Das ist bei uns vollkommen 0815 Basic gesettelt. Dann gehst du raus vor die Tür, da hast du jemanden, der sagt, also Deutsche sind alle, die mit deutschem Blut. Und alle anderen sind krank. Nehmt, bist du bescheuert? Bist du dumm? Nö. Dann hat ja ein Freundeskreis, der genau das gleiche sagt. Das ist der absolute Wahnsinn, in was für verschiedenen Lebensrealitäten man mittlerweile existiert. Das ist, als ob da wirklich, als ob da jeder in seinem eigenen kleinen Hamsterrad nur die Informationen reinlässt, die einem persönlich auch passen. Alles, was widersprüchlich ist, also was quasi deine Realität infrage stellt, ist auch automatisch Quatsch. Bei mir ist anders. Ich habe halt wirklich recht. Informationskrise heißt, wir haben keine kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Und das trägt bei zu einer Diskussionsklimakrise. Das Diskussionsklima ist katastrophal. Schwarz-Weiß, unterkomplex, unsachlich, aufgeregt, voller Scheinargumente und Beleidigungen. Und diese beiden Krisen, die Informationskrise und die Diskussionsklimakrise, wirken wie Katalysatoren für alle anderen Krisen. Sei es die Klimakrise oder Rechtsextremismus in Europa, in Deutschland, der Angriffskrieg auf die Ukraine, Nahostkrieg. Jede beliebige Krise wird durch die Informations- und Diskussionsklimakrise um ein Vielfaches verstärkt. Bestes Beispiel bezüglich Klimakrise war in dieser reichen Doku der Typ, der mit dem Fahrrad zu seinem Privatjet fährt, weil er sagt, er macht ja auch was für die Umwelt. Dann wird er gefragt, was halten Sie denn von der Klimakrise? Und er so, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass die existiert. Kann mir keiner beweisen. Glaube ich nicht dran. Glaube ich nicht dran. Schwatsch. Und wer ist schuld daran? Friedrich Merz. Würde ich jetzt sagen, wenn ich so outlandish shit behaupten würde wie Friedrich Merz. Nee, man kann natürlich stundenlang jetzt erörtern, wer oder was schuld daran ist. Populistische Politiker sind auf jeden Fall ein Teil des Problems. Auch Medien tragen dazu bei. Es ist 13 Uhr 12. Homeoffice und Harkion. Liebe kleiner als drei. Die Uhrzeit ist zwar nicht korrekt, aber gesalzen Dankeschön für achtmal Prime aktuell. Weil auf das, was am meisten geklickt wird, besonders empörend oder emotionalisierend ist. Wir alle tragen natürlich dazu bei, weil wir uns so schön empören und weil wir klicken und verbreiten. Algorithmen tragen dazu bei und vieles mehr. Also, es ist sehr komplex und es ist nicht schwarz-weiß. Der Kampf gegen die Informations- und Diskussionsklimakrise ist alles andere als einfach und straightforward. Es ist kompliziert. Aber eine Sache würde es zumindest ganz klar besser machen. Oder genau genommen zwei Sachen. Und zwar in unserer Regierung. Ach so, Regierung. Ja, ich finde halt, das Wichtige ist immer Quellenkritik. Gerade bei so Leuten, also alte Menschen im Internet, die glauben halt einfach alles. Da kannst du auf so ein Bild draufschreiben, von wegen, deutscher Rentner muss Wohnung aufgeben, weil syrische Flüchtlingsfamilie da einziehen muss. Jetzt sind die Leute, die Deutschland aufgebaut haben, müssen auf der Straße leben. Das kannst du einfach so auf so ein Bild draufschreiben. Einfach so ein Sharepick. Und die alten Leute im Internet, oh, das gibt es ja gar nicht. Die haben die Syrer, ich raste aus. Das muss ich direkt in meinen WhatsApp-Status packen. Das kann da einfach stehen. Die denken nicht drüber nach, woher kommt das? Gibt es, also ist eine Quelle sichtbar? Wer ist die Quelle? Was macht die sonst so für Sachen? So, wie ist das dargestellt? Ist das nüchtern dargestellt oder irgendwie emotional? All diese Checkpoints, die machen die gar nicht. Die sehen einfach nur, ah, der Syrer und der kleine Sparer, der ist wie er der Gelackmeier hatte. Der deutsche Rentner, der Deutschland aufgebaut hat. Na gut, warum war denn das kaputt? Man weiß es nicht, aber wir haben es wieder aufgebaut. Die Regierung eines demokratischen Landes braucht erstens Mut in der Kommunikation von Problemen und Krisen und zweitens Sachlichkeit. Erstmal zur Sachlichkeit. Und damit meine ich auch Wissenschaftlichkeit. Ja, Wissenschaftlichkeit in der Politik. Und Achtung, Ich sage nicht, dass man politische Entscheidungen allein auf der Basis von Fakten und Wissenschaft treffen sollte, weil man das auch gar nicht kann. Das geht natürlich gar nicht. Physik, da zählen nur die Naturgesetze. In der Politik, da zählen natürlich viele andere Sachen, Wirtschaft, Moral, Ethik, Werte, ganz pragmatische Sachen wie Umsetzbarkeit, Durchsetzbarkeit und vieles mehr. Ich würde mir tatsächlich ein bisschen, also eine klare Kommunikation, ja, aber auch klarere Kante, dass man, das geht da wahrscheinlich mit rein, dass man nicht so wischiwaschi argumentiert, vor allen Dingen, wenn es um eine AfD geht. Ja, also da gibt es jetzt zu gewissen Teilen, gehen wir davon aus, dass eventuell da auch Rechtsextreme dabei sein könnten. Das ist halt einfach Blödsinn, ne? Also bei der AfD ist es ja mittlerweile super unumstößlich, was die vorhaben und was das für Leute sind, die in der Partei drin sind. Das muss man auch einfach mal ganz klar so benennen und nicht dieses ganze Wischiwaschi drumherum immer auch. Wir wollen ja den Wähler nicht verschrecken. Ach Gott. Ja, wenn der Wähler sagt, Ausländer raus, dann wird er jetzt garantiert nicht die SPD wählen, wobei mittlerweile, man weiß es nicht. Gegen dieser vielfältigen Faktoren sind politische Abwägungen schwierig. Darum hatte ich Politiker bisher auch nie beneidet. Und da ist es doch ein Luxus, wenn man wenigstens einen Faktor hat, wo es objektive Evidenz gibt. Und den sollten wir doch dann einfach als kleinstgemeinsame Wirklichkeit festhalten und abhaken, darüber auch nicht mehr streiten, sondern nur noch um alles andere streiten. Doch was... Die Nazi-Keule hilft nicht. Stimmt, ich mache die Leute damit nur noch radikaler. Akon, deine antifaschistische Arbeit macht AfD-Wähler. Was stattdessen passiert ist, dass selbst solide wissenschaftliche Konsens immer wieder in Frage gestellt wird oder verzerrt wird von den Grünen mit ihrer Homöopathie-Liebe und ihrem grüne Gentechnik-Hass bis zur FDP mit ihrer thermodynamisch fragwürdigen Technologie-Offenheit. Also mir gefällt bei der... Bei der FDP gefällt mir immer noch am besten Christian Lindner, der gesagt hat, wir müssen uns einfach nur Geld aus der Zukunft leihen. Wir machen keine neuen Schulden, sondern wir leihen uns Geld aus der Zukunft. Es ist 11.12 Uhr! Toschi, dankeschön für zwei Monate. Der sich dann als Bauer ausgegeben hat auf den Bauernprotesten, dann war der da mit seinen unbenutzten fabrikneuen Gummistiefeln, seiner, weiß ich nicht, Tommy-Hilfiger-Jeans und seiner Deuter-Anorak, den er da getragen hat und so getan hat, als ob ein Landwirt wäre. Und jetzt zur Kommunikation. Erstmal. Kommunikation ist ein sehr wichtiger Teil der politischen Arbeit. Olaf Scholz. Und es gibt manchmal Bad News. Es gibt sogar oft Bad News. Beispiel Klimakrise. Die ist jetzt mit viel Anstrengung verbunden. Wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher. Gute politische Führung braucht in solchen Fällen Mut und muss halt auch mal absteppen und Verantwortung übernehmen und klare Ansagen machen und es auch mal aushalten, nicht das zu erzählen, was die Wähler erst mal hören wollen. Wäre mir scheißegal, wie das die FDP nennt. Hauptsache, es würde mal investiert werden. Nein, wir haben die Schuldenbremse, Joe. Wir haben die heilige Schuldenbremse des Finanzfürsten Christian Lindners. Und was sie gerade gesagt hat, ist hundertprozentig richtig. Man darf den Wählern nicht so nach dem Maul reden. Das nennt sich dann nämlich einfach Populismus. Das ist auch das, was ein Christian Lindner versucht hat. Indem er auf diesen Bauern Protest gesprochen hat und meinte, die Klimakleber und die Bürgergeldbezieher, die gehen gar nicht richtig arbeiten, nicht so wie sie. Und deshalb müssen wir illegale Ausländer abschieben. Ich denke mir, was ist denn mit dir los? Halt doch deinen Maul. Keiner fragt nach dir. Oft ist es ja so, dass genau das, was jetzt doof ist oder wehtut, genau das ist, was für die Zukunft am besten ist. Aber diese Zukunft liegt oft weiter weg als die nächste Wahl. Und alle sind dazu verleitet, erst mal nur bis zur nächsten Wahl und damit kurzfristig zu denken und die Wähler nur kurzfristig für sich zu gewinnen, indem sie ihnen erst mal das erzählen, was sie jetzt hören wollen. Und ich kenne ja das Problem, da sind sich Politik und Journalismus ja ähnlich, wir sind davon abhängig, Menschen für uns zu gewinnen. Das verleitet dazu, Beliebtheit über Korrektheit zu stellen oder zuzuspitzen und zu emotionalisieren, statt sachlich und differenziert zu bleiben. Ja, ich kann euch aber auch beruhigen. Also die Pläne im Hintergrund gehen natürlich auch weiter, euch von diesem viel zu komplizierten demokratischen Prozess endgültig zu befreien. Die Partei hat getagt und es wird weitere Entlastungsprozesse für das Volk geben. Da wird sich auf einem kleinen Dienstweg im Hinterzimmer drum gekümmert, damit ihr euch ein bisschen mehr um eure Aufgabe in der neuen sowjetischen, ich meine, sozialistischen Weltrepublik kümmern könnt. Mein aus. Trotz dieser falschen Anreize ist es meine persönliche Erfahrung, dass Sachlichkeit funktionieren kann und dass auch schonungslose Bad News nicht automatisch unbeliebt machen. Ich glaube fest an eine vernünftige Mehrheit. Aber diese vernünftige Mehrheit ist gerade frustriert, liebe Regierung. Nach der Anfangsampel-Euphorie, wo es schien jetzt... Dieses Bild ist so... Hallo, Hallo Saskia, Tochterherzchen. Liebe Grüße von Mami und Papi aus dem Urlaub. Wir sind sehr gut auf Fuerteventura angekommen, haben auch gleich ein anderes, nettes, deutsches Pärchen kennengelernt. Wir gehen heute Abend zusammen essen und zufälligerweise sind die auch in einer offenen Beziehung. Jetzt können Wirtschaft, Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz vereint werden. Scheinen jetzt nur noch lähmende Streitereien übrig zu sein. Die Ampel kann sich auf nichts einigen und die Opposition... Also dazu müsste man ein eigenes Video machen. Also auch zur Ampel. Über vieles müsste man noch konkreter reden. Und das Tragische ist, ich glaube, auch in Berlin gibt es eine vernünftige Mehrheit. Ich habe in den letzten Monaten mit sehr vielen Leuten sehr ehrliche Gespräche geführt und für alle gewissenhaft arbeitenden Politiker ist es genauso frustrierend, dass grober Populismus viel leichter Aufmerksamkeit bekommt als sachliche Inhalt. Aber liebe Regierung, ihr müsst dagegenhalten mit Selbstbewusstsein und dem Vertrauen in uns, die vernünftige Mehrheit. Hallo Berlin, hallo hier unten. Wir, die vernünftige Mehrheit. Wir haben keinen Bock mehr. Und das bringt uns zum eigentlichen Grund für dieses Video. Denn wie sagt man so schön? Wenn du willst... Tut mir leid, Meileb wollte nicht respektlos sein, aber der Hund musste kurz den Ball bekommen. ...dass es gut wird, musst du es halt selbst machen. Klar, meine Kompetenz ist Wissenschaft und wie gesagt, mit Wissenschaft alleine kann man auch keine Politik machen. Die FDP macht gute Oppositionsarbeit und das in der Regierung. Das ist auch ein neues Konzept, dass man die Opposition einfach in die Regierung selber reinverlegt. Aber erstens, manchmal ist es gar nicht so verkehrt, einen festgefahrenen Betrieb mit einem Außenseiterblick aufzuwirbeln. Und zweitens, ich bin natürlich nicht allein. Ich habe in den letzten Monaten sehr viel Zeit in Berlin verbracht. Ich habe mit sehr vielen, sehr klugen und erfahrenen Menschen geredet. Ich habe ein, wie ich finde, sehr starkes Team aufgebaut. Und ich habe meine Zeit vor allem damit verbracht, mich weiterzubilden. und sehr fleißig zu lernen und zu arbeiten. Ich werde an dieser Stelle jetzt erstmal vage bleiben, denn auch wenn das hier kein MyLab-Video ist, sind wir trotz auf einer Plattform, die zuletzt durch und mit Funk groß geworden ist. Und deswegen möchte ich das jetzt erstmal nicht für Parteipolitik nutzen. Ihr wisst, auf welchen Plattformen ihr mich sonst auch findet. und ich freue mich schon sehr drauf, euch bald Konkreteres sagen zu können. Aber ich... Uuuuh. Kommt jetzt MyPartei? Ich glaube nicht, dass sie in eine Partei geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt also quasi die Präzision der alten Arbeit jetzt in ein politisches Format übernimmt. Die eine Partei gründet, glaube ich nicht. Ich meine, wir würden es ja sehen, wenn es soweit ist. Vielleicht hat sie auch Gelder akquiriert und hat AKs für den Untergrund gekauft. Das kann ja alles sein. Ich wollte euch erstmal hier abholen, denn bei einer Sache hat mich diese Community nie im Stich gelassen, nämlich bei meinem Glauben an die menschliche Vernunft. Und ich glaube nach wie vor, wir brauchen eine Seuche der Vernunft. Ja, nach Corona sollte ich mir vielleicht ein anderes Framing als solche überlegen. Ihr wisst, was ich meine. Vernunft und Wissenschaftlichkeit ist die einzige Therapie gegen Desinformation und Populismus. Also Nerds an die Macht. So viel erstmal an dieser Stelle. Ich freue mich schon drauf, wenn ich euch bald mehr updaten kann. Bis dahin stellt den Tee, warmen Hund. Bleibt sicher. Ola. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was es wird. Ich lasse mich da sehr, sehr gerne überraschen und bin bereit, sowohl Waffen als auch Munition und Menschenleben zu opfern. Vor allem Menschenleben. Ne, cool. Spannend, was da rauskommt. Also, ich glaube mal, wenn sie jetzt wirklich in ein politisches Format wechselt, was auch immer das jetzt ist, sei das jetzt YouTube oder vielleicht sogar eine eigene Partei, könnte das hochgradig aufregend werden. Da sehe ich sehr, sehr viel Gutes und sehr, sehr viel Potenzial drin. Wir werden mal, wir werden die Sache weiterhin beobachten und wenn ihr das gerade auf YouTube beobachtet habt, dann kommt auf Twitch, um mich live zu beobachten. Das ist wie ein Menschen in einem Aquarium zu gucken, aber in vegan und ohne Fische. Macht's gut, YouTube. Das ist wie das Blut der Erde Komm, schenk dir rein Und wenn ich dann traurig werde Liegt es dann Dass ich im Atem meine Forderheit Und wenn ich dann traurig werde,